Mehr als 50 Bauspezialisten haben nochmal gründlich neu geplant und sind sicher, dass endgültig das Ende der Hiobsbotschaften erreicht sein wird. Es sei denn, die weiteren Baumaßnahmen bringen neue Überraschungen und damit weitere Kosten. Bundesaußenminister Gabriel setzt sich in der Katakrise... ... und schließt die Sitzung ein. Aus Orders aus, danach schmieden sich Zähnen wie in einem Gin. Untertitelung des ZDF, 2020